Geniale Songs, schreiende Fans und fantastische Frisuren. So wurden die Beatles eine der größten Bands aller Zeiten. Auch 50 Jahre nach der Trennung geht der Hype um die Pilzköpfe weiter. Forschen Stoff liefert erst kürzlich das britische Auktionshaus Sotheby's bei einer Online-Auktion mit exquisiten Sammlerobjekten. Es ist außergewöhnlich, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit die Menschen den Beatles immer noch entgegenbringen. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass es nachlässt. Das liegt wohl am Optimismus und an der Schönheit der Musik, die uns heute immer noch anspricht. Gerade in diesen Zeiten besinnen wir uns auf die 60er Jahre, die im Rückblick so großartig erscheinen. Und wofür begeistert sich ein Beatles-Fan? Die allererste Single der Band Love Me Do aus dem Jahr 1962 natürlich handsigniert. Poster, Plakate und eine legendäre Nickel-Brille von John Lennon, der bekanntlich extrem kurzsichtig war. Er begann 1966 in der Öffentlichkeit eine Brille zu tragen, nachdem er in dem Film »Wie ich den Krieg gewann« die Hauptrolle gespielt hatte und dafür eine Brille trug. Er sagte sich, okay, die runden Gläser stehen mir gut. Das war eine seiner ersten Brillen, weil er zu dieser Zeit in der Öffentlichkeit Kontaktlinsen trug. Der Antikriegsfilm hatte am 18. Oktober 1967 in London Premiere. Apropos, am 8. Oktober wäre John Lennon 80 Jahre alt geworden, konnte genug ein paar Beatles- und Lennon-Songs aufzulegen. anzulegen bis zum Spiel zu halten. Die Titelung. Sieg, Sieg von der Kirchen. Die Titelung. Ihr findet nach